I like to move it, move it, move it, move it, move it, move it Kinder, was geht denn bei euch? Ich hab gerade eben beim Confirm Es war noch 0 Sekunden Zeit Und dann drückt der Letzte Keine Ahnung, wie er das gemacht hat Cheater oder sowas Gut, ob er das noch gedrückt hat, weißt du, ey So, ich hab mich jetzt minimal eingespielt mit meinem neuen Setup Let's do this, guys Ich geh mal B Ich hab's dir nicht gesagt Ich hab's dir nicht gesagt und jetzt geh ich B Ich weiß, Nacht ist es so dunkel hier in der Facecam Aber weißt ja was, mir scheiße gerade Und euch dann bestimmt Ich geh gar nichts mit Mir sagt da keiner was Oh Kinder, oh Kinder Keine Ahnung, was er gesagt hat Irgendwas mit OJEEE Er glaubt wahrscheinlich, dass ich Roger heiße OJEEE OJEEE Aber man muss so fehlkommen, dass ich meinen Scheiß auf der Schmeise gerade nicht Sonst wird das nix da Sonst wird das einfach nix mit dem Jump ist da Das ist unglaublich Du, Connector Hinter mir Mit Oder das doch mit Oh Gott, da war das Jungle Ich bin mir noch nicht so bewandert in dieser Karte Aber ich hab ja auch schon Energie gekillt Also von daher ist das eigentlich gar kein Problem für mich Come on, come on, chop, chop Come on, come on, chop, chop Ah, scheiß die Wand an, ey Das ist Connector da oben? Ich weiß es nicht, ich trau mich jetzt nicht anzusagen Also irgendwie laufen die nicht dahin, wo sie angesagt haben Oh mein Gott Wo ist denn blau? Guckt der da an, ah, der hockt da hinten Fick, fick, fick Oh, nice Oh mein Gott, ich dachte ich kann jetzt von hinten kommen Dann steht er einfach schon da wie so ein Arschloch Oh Kinder, das ist aber keine Echo Der schafft doch, wie verrückt der andere Sieht nach uns ja runde aus, oder? Diese können hier nur zwischen uns sein Scheiße, Mann Voll in die Fresse geballert Safe Killer Safe, safe Immerhin gesaved und reingeklatscht Das ist so ausstecken, das ist einfach so ausstecken Was hast du für eine Waffe? Hast du die AWP? Sorry, sorry Jawoll, Bombe Er fickt mich einfach weg Oh yeah Oh Gott, Palace Palace Alter, ich wollte gerade sagen, warum stirbt der nicht Wird nicht so Warum nicht Burst, Mann, warum nicht Burst auf die Entfernung? Oh mein Gott, 2 gegen 3 waren es eben Und meine, verreckt, sie kommen beide von der gleichen Okay So, 2 gegen 1 nur noch Wir waren eben noch im Vorteil, ne? Ist es eine Tier oder ist die Team App? Schon die dritte Frage in der Runde Und ihr Säcke müsst ihr mal beantworten Ich stelle oft mal irgendwelche Fragen Und niemand antwortet, außer ein paar Der über mir musste, wo ich bin Die vorne wussten, wo ich bin Verdreckte Affenscheiße Nein! Wo waren meine Mates auf dem Spot? Warum lebt der überhaupt, der Pixel-Ficker? Achso, er verbrennt gerade, alles klar Okay Wo ist eigentlich die Animation hier? Er schießt einfach und die Waffe macht mich Reportet, sie sind behindert Das war doch super Das war doch super Gameplay Ach übrigens, habe ich der Äther meinen ersten Ultra-Troll hier auf YouTube Oh Gott, sie kommen Oh Gott, sie kommen! Was habe ich gemacht? Ich höre, dass sie kommen Was habe ich? Mach ich wieder mit meinen Scheiß-Nates Das war auch ein guter Move Frau Bank sieht aber jetzt eindeutig, dass der kein bisschen cheatet, oder? Vertut sich sogar, lädt nach und muss damit der Pistol regeln Also ich sehe doch keinen Cheat Ist doch einer immer Einige voll gehört Sehr unzufrieden Sehr unzufrieden Oh, wie viel ist er mit? Oh, drei! Clickety! Komm, Mr. Tricky! Two connector Ah, ich habe ihn noch Er kommt einfach um die Ecke wie so ein Schaolin-Pimmel Ja, genau Ah, der ist gut Er weiß, wie der Hasel läuft Der Bettner Weiß, wie es geht No way, fast No way, fast Wir sollen fast auf A gehen Aber nur fast We must move We must move And get the shit out of here Oh, Alter Die hat schon mal gefressen, ne? Gott, zum Glück war ich da, um dich zu retten, ha? Alter, woher? Ich dachte, er rennt halt Naja, gut Natürlich, man will ja die Zippe rufen Aber trotzdem war das ein bisschen Penisbehaftet Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da jetzt jemand kommt Und mich direkt unter Beschuss nimmt Wirklich nicht Aber ich stand da jetzt in der Situation auch zum ersten Mal Möglicherweise ist das nicht immer so Und hier, die Threaded me in the way Und die ging Oh, er kommt einfach wieder entlang gerusht Ist aber auch krass Jetzt waren aber auch wirklich ein Großteil von dir noch wahrgesessen, oder? Also, irgendwie alle We will defeat the Penises Scheiße, Mann Ich habe so eine Millisekunde gedacht, das ist ein Feind Ne, 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 es ist ein Mate Es ist ein Mate Es ist ein Mate Es ist ein Mate Ah, Vorsicht, die haben den getasert Ah, das Geräusch Wie früh, wenn man die Geisel anfickt Ich habe erst einen Stern? Nein, das ist ja wohl Dramatisch jetzt Nein, das da hinten war ein Feind Ah, Fick War ich nicht der Letzte? Achso, die beiden Mates sind so weit vorgerückt Okay Geil Und zur Runde Der ist da rechts Er saft seine AWP, oder was er hat Komm, Errol Drixen Oh, fuck, jetzt kriegt er dich bestimmt Was macht ihr? Geht doch einfach B Komm, jetzt mit Nein, 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 nein Und der Nächste Oh Ihr werdet mal Pelsch Und wer ist denn noch alles, hä? Lügen wir rum Nein, 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 nein Warum wollte ich mir jetzt auch den Weg zur AWP freiflashen? Verdammt nochmal Ich hätte doch warten können, bis er tot ist Das sind manchmal Denkvorgänge Die sind einfach zu viel Einfach diesen einfachen Gedanken wählen Warten Nicht nur kompliziert Wenn ich eine Flash jetzt da oben hinschmeiß Und mir die AWP holen Den wegholen Nein Warten, warten, warten Tot, okay, gut, ran Ich kann das einfach nicht Oh, fuck, oh, fuck Vergessen Waffen zu kaufen Ich hieb, echt Geil, geil Und dann wollen sie noch irgendwas von mir In diesen Abgründen der Gedanken Whistshot, verdammte Scheiße Das ist jetzt halt gerade mal die Vorg, oder? Can you take, oh nice Jetzt wird er es ja wahrscheinlich haben, ne? Behalte ich aber Will die jetzt jemanden haben, oder nicht? Ich fack jetzt hier auf Bären Wird auch nochmal Oh man, mit der MP Jetzt fange ich aber gleich Das laute Lachen an Plant, 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 plant Yeah, bro, you can plant Oh Gott, von links Oh nice Schlecht, schlecht Scheiße Die Arca Redline, ah, vom Tricky Sieht die nicht schön aus? Sieht die nicht schön aus Ja, okay Ich hab's noch nicht viel gemacht, aber Ich hab die oben geliebt Komm, jetzt noch mal ein A-Rush Dann ist der Deckel zu, oder? I like to I like to I like to I like to Bitte, 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 bitte CT Aber warte, dann halt ihn noch ein bisschen hin Ja, halt ihn hin, genau Vielleicht hat er es geschafft Komm schon, komm schon Nice Nein, fuck Oh mein Gott Er geht 100 Jahre aus Und denkt sich I'm doing it I'm doing it Oh, I'm doing it Und dann wird er gefickt Nein Nein, lass ihn doch kommen Oh mein Gott Das wär eigentlich schon der Sieg für uns gewesen Aber er hat ihn verspielt Zum Beispiel war ich nicht Flash und Flash-Fail, mein Freund Ah Diese Scheiß-Ausspielerei Schon wieder, ey Tödlich für die Aufnahmen Wirklich tödlich Appartements Du schott Du schott Hier war doch noch ein Maid, der auf den geschossen hat Und sich dann versteckt hat, oder nicht? Was habt ihr alle gemacht? Warum seid ihr alle tot? Ich hab zwei Leute gekillt Und ihr begegnet nicht 200 Puls hab ich Gleich Oh mein Gott Wo, 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 wo Fick die doch, Mann Okay, komm, Leute Letzte Runde, bitte Bitte, können wir Können wir hier jetzt richtig eskalieren Komm schon Ein, äh, naja, mittelspannendes Spiel Ich bin etwas unzufrieden Aber naja, was soll man machen? Ja, vielen Dank für die Zuschauung eurerseits Und schön dir Daumen nach oben geben Sonst Muss ich noch einen Schluck Cola nehmen Ja, das war's so weiter Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal